Willkommen bei der Gärtner bei Janos Moratti bei den exotischen Pflanzen zu vermehren und wie es Wetter geht. Schaut in die Videobeschreibung, da ist Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, Twitch und Tiktok. Schreibt mir gerne in die Kommentare. Schaut Kanalinfo, da ist mein Alter und mein Geburtsort. Und Facebook, Instagram, Twitter, Twitch und Tiktok. Und meine Homepage ist da verlinkt und mein Merch ist da verlinkt. Und schaut bei euch vorbei und am Ende des Videos könnt ihr drei Videos andrücken und mein Logo andrücken und abonnieren. Teilt das Video mit eurer Freunde, Familie bei Facebook, bei WhatsApp, auf Instagram, auf Twitter, überall. Und hier haben wir die Überwinterung der Pflanzen. So. Hier haben wir die Ananas. Schaut auch ganz gut aus. Die Vanille. Ja. Und die Kokosnuss. Und die Banane. Und die Ananas. Und die Avocado, Ananas, Ingwer, Banane. Ja. Rote Banane ist auch am Wachsen. Und die Avocado. Und die Avocado. Und die Avocado. Und die Avocado sind alle gekeimt. Und die Ananas. Ja. Schaut jetzt gut aus. Und die Avocado. Ja. Schaut jetzt langsam auf. Ja. Schaut ganz gut aus. Ja. Schaut so gut aus. Ja. Da ist sie, wenn's warm und haben's Licht. Bissl. Ja. Tschüss Leute. Abonniert meinen Kanal. Daumen hoch. Schaut's in die Videobeschreibung. Schreibt's mir gerne in die Kommentare. Schaut's Kanal-Info. Schaut's bei i vorbei. Und am Ende des Videos könnt ihr drei Videos andrücken. Und mein Logo andrücken und abonnieren. Teilt das Video mit eurer Freunde, Familie bei Facebook, bei WhatsApp, auf Instagram, auf Twitter, überall. Und schaut's auf meine Homepage vorbei. Und schaut's bei meinem Merch-Shop vorbei. Bis zum nächstes Video. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.